Das Programm bleibt für einen Moment gerade noch in russischer Hand. Er ist nicht nur ein Schlagzeug-Virtuose, in seiner Heimat Russland ist er auch ein bekannter Clown. Der Sergei Prosvyrnin. Come on! Tu-pa-ki-tu-pa-ki-tu-pa-ku-ta-ku-ta-ku-ta-ku-ta-ku. Ah-ha! Madame. Schnell! Bitte, noch nicht! O, da! Ja, okay... 3, 4, okay? Du, ba-dick-dack-sig-dick-dack-dung-da-dick-dick! Du, ba-dick-da-dick-de-k-dick-dick, tingu-da-dick-da! 2 und 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 die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Musik, Maestro, Musik! Musik, Maestro! Der Sergei Prosvernin, der mit Sohn und Enkel hier nach Gotazür gereist ist, ist Prosvernins eine ganze Zirkus-Clown-Familie. Musik, Maestro! Applaus 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 Applaus